jo meine leute die formel äh die moto gp ist zurück auf diesen channel die moto gp beginnt ab heute saison 2024 und neu auf sky sport mix los geht's mit den bonus predictions wer wird weltmeister es ist fabio cuartararo herzlichen glückwunsch so dass was mit der jubiläumssaison mit der 75 mutter gp-saison 20 24 bonus predictions so wenn er das wieder gefallen hat lasst ein daumchen nach oben da vergesst kein abo daneben ist das glöckchen das ist nicht vergessen glückwunsch dann verpasst ihr keine benachrichtigung auf diesen channel bis danach gut wird ciao